Alter, bin ich behindert? Ich hocke hier und guck wie so'n Kind. Mmh! Schokolade! Ich krieg erst Schokolade, wenn ich das scheiß Level gepackt hab. Verdammt noch mal. Man muss ja auch ein bisschen, man muss schon strikt sein mit der Brut. Mit der jungen Brut. NEIN! Ich mach immer den gleichen Fehler. Ich bin so ein... Nein, 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 it's like you alone. What? Was? Alter, was hat mich jetzt aber gerade... Also der Rote kann da durch, der Grüne natürlich nicht, klar. Ja, ja, so will ich, so will ich das machen. Der Rote kann da durch. Der Grüne nicht. So. So. Fuck! Wenn man's dann erstmal raus hat, ne, dann hat man's raus meistens. Ohhhh. Was? Was? Ähm. Mh. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Was? Diese drei Streifen da unten, rot, grün und äh, rot. Das bringt mir überhaupt nichts, da kann ich ja gar nicht rein. NEIN! Please, you kill me, please. We're going in the cycle alone. What? Was? Wo bin ich hängen geblieben? Lüg jetzt jetzt so rum. Alter, was? Ich raff das irgendwie... Also manchmal, ich versteh's nicht. Okay, gut. Das hab ich jetzt... Am lilan halt. Okay. Ja, okay, am grün. Okay, am lilan. Scheiße! Mensch! Ich hab extra jetzt... Ich hab vorhin ne Endcard gemacht und wollte jetzt schnell was aufnehmen, damit ich den Grund hab, die Endcard dahil zu machen. Und jetzt mach ich ja so ne Scheiße! Hey, Leute, jetzt regt euch mal nicht so auf, okay, nehmt mal ne Valium oder sowas, ihr Assis. Nein, der Rote war noch nicht... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Aber ohne Musik ist das so langweilig, krass. Mit Musik kann man viel besser spielen, wisch. Das wird krass. NEIN! Dass es da kein Checkpoint ist! Und es ruckelt. Mich verarschen. You fucking verarschen me? Wieso soll ich das jetzt machen? Mit 17 FPS! Hä? Also ich brauch da schon volle Pulle! Ohhhh! Ich mach diese ganzen Pornos, wisch? Wisch? Wenn ich Pornos hochlad? Da hat man eh immer alle Farge und schon leckt. Fucking in the cycle alone. What? Nein! Fickt euch alle! Also nicht ihr! Das Spiel! Ich sag zu Spiel immer euch, weil das Spiel ist ja eigentlich auch... Es sind ja auch mehrere Personen. Gerade weil ich es gut mit euch meine. Oh ne Musik ist es scheiße! Hallo! Ich hab die Musik... Die Mumu! Hört auf jetzt! Oh ne Musik ist es so schwul! Weil ich mich auch selbst höre. Ich kann mich nicht selbst hören. Oh, das lag zu krass. 12 FPS? Hallo! Ne, wenn das so hakelt, reicht das nicht spielen! Versuchen wir es noch einmal hier mit 12 FPS. Das läuft bestimmt auch irgendwie. Nein! Krass, Mann! Ich will jetzt unbedingt das da unten schaffen. Davor geh ich nicht weg. Ach auf AWSD kann man das auch machen. Achso. Hätte ich das vorher gewusst. FPS, wo seid ihr denn hin? Das geht nicht. Ich mach einen kleinen... Ich drück einmal... Ich drück kurz draus. Passiert nicht? Ich drück ein bisschen fester und bin 8 Level weiter gesprungen. In die Wand. Dieses scheiß Gelegge. Das Spiel so aufwendig. Ich glaub's nicht. Alter, wie es ruckelt! Checkpoint... Ja, ich hab Checkpoint mit Ruckeln, wisch? 14. FPS von 14, man am Arsch! Naja, jetzt ist wirklich alles in zeitluppig. Na ist das einfach... Nein! Oh Gott, das war aber knapp. Ey, das fällt... Das wird euch sowas davon auffallen später, diese FPS Scheiße hier. Corrupted, ich kann mit dir fühlen. Sagst du, quenkelst du auch oft über FPS-Drops. Was ist da los? Wer hat denn dieses Spiel bitteschön so mit Absicht? Ja, was ist denn... Was ist da denn los? Oh, oh mein Gott, what the hell? Hey, hey, na, 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 na. Ich muss schon selbst mir die Musik machen. Alter, fick, fick dich, du scheißgeficktes Spiel, Mann. Halt auch so zu fluchen, ja? Ich hab oft Kinder im Zuschauerkreis. Oft. Ja, Checkpoint. Easy. Diese langen Passagen sind doch sehr, sehr einfach. Ich weiß nicht, ob sie sich dabei irgendwie gedacht haben. Na gut, ist bestimmt schwierig. Über eine lange, ja. Ja, dahin war halt nicht mehr die lange Passage. Jetzt nicht irgendwie sagen, ja, es war doch schwierig. Nee, 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 das war ja schon vorbei. Total dumm, ich muss jetzt so blöd da durchfahren. Ich muss jetzt den roten Kreis dann... Oh, oh Mann! Jack! Kassel, fuck! Komm zurück! Sagt mir bitte, wenn ich zu laut schreie, ich weiß, ich schreie zu laut. Aber das ist auch eure Schuld, weil ihr wollt es ja hören. Diese Ruckelei! Alter, ich fick! Mäh, man guckt dann wirklich mal auch konstant, es ruckelt so hart. Seht ihr so immer an den Dingern, wie die ruckeln? 12 FPS, ich schlag gleich irgendwo hin. Aus Spaß, Leute. Hallo. Das Spiel ist zu aufwendig gemacht. Das ist einfach zu krass. Ich mach wieder mit der rechten. Mit der rechten an deinen Pfeiltasten. AWSD tut jetzt irgendwie weh. Es tut weh! Ey, aber das sind jetzt wirklich technische Hurensohn-Schwierigkeiten hier. Das ist doch zum Kotzen. 11 FPS! Warum? I can't believe this shit. I can't believe... Also... Habt ihr gesehen? Es hat noch nicht mal... Es hat gerade eben... Es hat gar nicht reagiert. Ich will nur schnell mein Outro zeigen. Meine... Meine... Karte. Oder wie das heißt. So einfach. Easy. Hey, hey. You can't spell Chorus without... Vagina. Warum hing das jetzt gerade wie so ein Spack? Mensch. Oh, es ist ruckalack. Aber es ist mir egal. Und ich bin voll gut und so auf einmal. Hey! Oh Gott, wie hat sich das jetzt angehört? Total merkwürdig gerade eben der Tod. Oder? Wie merken ihr so zu als Schlosser? Ach so. Ja, krass. Wie... Also manchmal reagiert die Tastatur so hart, dass man drei Level weiterfliegt. Na, das ist ja wohl das Einfachste vom Einfachen. Das ist einfach. Ja, das ist ja wohl das Einfachste vom Einfachen. Was ist das denn? Ich will die Sachen auffangen. Hey! Oh, oh! Alle shit, die Zeit sind da drin. Every day. All I feel is the way I know. I want to know. I can't be.